Ja hallo, hier ist Christian Schmeier, Pateraport und Beziehungscoach. Ja, heute mal Nachricht von einem männlichen Teilnehmer von Rostionov. Und ich habe das mal genannt, die Spielebene in Beziehung und Dating. Hallo Christian, ich bin Rostionov und in den 20ern und letztes Jahr kam ich aus einer 5-jährigen Beziehung raus. Ich habe diese beendet, da meine damalige Partnerin extrem eifersüchtig war. Habe mich dann sehr schnell bei LaVou, spricht man das glaube ich aus, angemeldet. Das ist doch mal, diese Dating-Apps und auch schnell eine Frau kennengelernt. Und ein paar Wochen später schrieb mich, nennen wir sie mal, Irina bei Facebook an. Irina kenne ich seit etwa 10 Jahren, sie hat mich damals geärgert und verarscht. Warum? Also ich kann das verstehen, wahrscheinlich sieht sie heiß aus oder ich weiß nicht, aber warum? Also du hast schon jemand anders, also der ganze Staat ist schon schräg. Du hast schon jemand anders, weiß jetzt nicht, was für einen Status ihr habt, ist auch egal, aber gut, egal ist nicht, aber weiß ich jetzt nicht. Jemand, der dich schon vermutlich in der Kindheit und Jugend geneckt hat und genervt hat, warum muss sie eher eine Plattform bieten, das noch weiterzumachen? Zumindest kann man ja mal ausprobieren, aber wenn sich das dann wie hier schnell zeigt, dass die das im Grunde genommen weitermacht. Naja, aber vor allem, wenn du schon jemand hast, warum das jetzt? Das ist auch, glaube ich, die Woche echt der E-Mails, die auch mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel beleuchten. Weil auch hier bist du auch so ein bisschen auf der Täterseite, das ist nicht nur Opfer. Was ist jetzt mit der anderen Frau? Also, als ich ihren Namen auf dem Display gelesen habe, hat irgendwas in mir gesagt, antwortet ihr nicht. Hört auf, euer fucking Bauchgefühl. Aber ich weiß, man muss es üben. Aber auch hier, das Bauchgefühl, Bauchgefühl-Rules. Ich habe ihr aber geantwortet und jetzt geht die Scheiße los. Sie fragt nämlich, ob wir mal zusammen einen trinken gehen wollen. Sie erzählt mir dann, dass ihr Frauen eine Beziehungspause möchtet. Der ganze Staat, also ist der schon so geil. Aber gut, ist ja rein theoretisch, könnte es ja in Ordnung sein. Nur, was heißt denn das jetzt? Beziehungspause mit, ich vögel jemand anders? Oder was heißt das jetzt? Also, würde ich schon mal genauer nachfragen. Ein paar Tage später haben wir uns dann verabredet. Ich habe nur so gedacht, die kommt gewiss eh nicht zu dem Treffen wie früher. Nun ja, sie war da. Ich hatte aber auch echt ein komisches Gefühl. Gut. Und man sollte auf dieses komische Gefühl hören. Wir haben uns aber mega gut verstanden. Ihr Freund machte dann laut ihrer Aussage ohne Grund Schluss. Wie ich dachte, die hätten jetzt schon... Nächster Tipp, den ich schon hundertmal gegeben habe. Datet Leute, die wirklich ganz klar Single sind. Auch das, weil offensichtlich kann die keine Sekunde allein sein. Und ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Aber du bist natürlich auch. Ich meine, du mischt voll mit. Du hast also gesagt, ich habe jetzt verstanden, du hast eigentlich schon jemand anders kennengelernt. Du mischt voll mit. So, als ich das erste Mal mit Irina schlafen wollte, ging bei mir einfach nicht. Sowas habe ich bisher noch nie erlebt und es war mir auch unangenehm. Haben uns auch weiterhin getroffen. Irgendwann hat es dann geklappt. Ja gut, ich meine, wir Männer sind ja keine Maschinen. Und es ist, also erstmal ist das häufig, habe ich jetzt schon häufig gehört, bei so ein bisschen toxischeren Dating-Situationen scheint das irgendwie häufiger vorzukommen als bei anderen. Aber vielleicht, keine Ahnung, hast du dich da. Aber ist auch, wurscht, ist nicht tragisch. Mach dir da keinen Kopf irgendwie. Aber gut, das wäre jetzt ein Nebenthema. So, gut. Wir haben uns dann auf Freundschaft Plus geeinigt, da sie keine Beziehung wollte. Also wirklich, bei allen, die meine Videos gucken, nicht, dass man das theoretisch nicht machen könnte, aber wenn man schon so einen unsicheren Liebeschiff hat und dann noch Freundschaft Plus, ich kann das einfach nicht raten, ey. Ich kann es nicht raten, wirklich. Vor allem, was willst du denn? Also du wolltest doch eine Beziehung, wieso gibst du ihr nach? Warum sagst du nicht, nee, mach ich nicht, hab ich keinen Bock drauf. Sie betont ja aber immer wieder, wir machen aber nichts mit anderen. Ja, du gehst jetzt, also du lässt dich komplett, wahrscheinlich, was du schon früher gemacht hast, als du dich geärgert hast, gehst du komplett auf ihre Wünsche ein. Aber was sind denn deine Wünsche? Wieso stehst du denn nicht für dich ein? Und vor allen Dingen, was ist denn eine Freundschaft Plus, bei der man nichts mit anderen Leuten macht? Das ist, also da würden bei mir alle Alarmglocken schrillen, wieder bis Tinnitusniveau. Also, weil, was heißt denn das? Also Freundschaft Plus, ohne was mit anderen zu machen, ist doch eine Beziehung, oder nicht? Also, ich raffe das immer nicht. Es ist genauso wie exklusives Dating, ist auch keine Beziehung. Ist auch egal, ich versuche das gar nicht zu verstehen. Irgendwann hatte ich ein richtig dummes Bauchgefühl, du hast jetzt das dritte Mal, dass du da schreibst. Ich meine, es ist toll, dass du das wahrnimmst, du musst nur noch drauf hören. Sie machte mich auch bewusst eifersüchtig, da habe ich den Kontakt abgeworfen. Also, ja, da sind wir schon richtig schön auf der Spielchen-Ebene. Das sind alle Spielchen, ne? Und das ist ein Zeichen von ungesunden, eher toxischeren Beziehungen. Ein Kollege von ihr bestätigte dann auch mein Bauchgefühl, dass sie mit wem anders noch was hatte. Ja, bumms, next, ab, bumm, next, ab, ab da, wirklich spätestens ab da müsst ihr einfach den Arsch in der Hose haben und sagen, das war's. Angelogen, tschüss. Ich verstehe, dass man es nicht macht, weil man ein Liebeschip anders programmiert hat, vielleicht bist du, in deiner Kindheit, konnte ich mir vermuten, viel Illoyalität erlebt. Aber es hilft nichts. Nimm diese Challenge an und lern daraus, weil das Universum will, dass du dich weiterentwickelst. Also, wo sind deine Standards, ne? Circa drei Wochen später habe ich sie dann wieder angeschrieben. Oh, nein, nein, nein. Also, hier muss man wirklich sagen, so sehr du auch leidest, musst du einfach sehen, du hast eine Mitverantwortung. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich konnte nicht anders. Ja, konntest du halt nicht anders, aber es ist, also, wenn du so hier wieder anschreibst, also alles, was jetzt folgt, ist eigentlich vorprogrammiert. Wie gesagt, ich verstehe, dass man, ich habe auch schon so viel Scheiße geworden in meinem Leben, aber trotzdem, ich hüpfe ja, deswegen mache ich das hier auch. Wir müssen die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, das ist, ich habe dazu ja gesagt, zu diesem Spielchenkram und das machst du jetzt hier auch, ne? Sie meinte, sie hätte mit keinem was gehabt, ja, aber du weißt es doch. Dann habe ich das Spiel umgedreht und sie eifersüchtig gemacht. So, jetzt seid ihr voll auf der 3D-toxischen Dating-Ebene. Jetzt spielst du mit ihr rum. Wurde so das führen, nicht zu einer gesunden Beziehung. Also, eine Kollege von mir hatten immer, wenn ich mit ihr unterwegs war, Texte mit Herzchen geschickt. Hallo, wie alt bist du? Bist du auch nicht zwölf oder so? Echt? Irgendwann war sie dann so eifersüchtig, dass sie eine Beziehung wollte. Ja, wie lange soll das, wie soll das denn funktionieren? Sie hat sich doch nicht geändert. Sie hat dich doch schon in der Jugend oder in der Kindheit genervt. Also, ja, nach etwa drei Wochen meinte sie dann, sie hätte keine Gefühle für mich. Das ist alles vorprogrammiert. Ja. Ich habe ihr dann auch gesteckt, dass ich das mit der Freundin, die mir schrieb, nur eine Kollegin von mir war, die das extra gemacht hätte. Ja gut, dass du es erzählt hast. Hat dann aber die ganze Zeit meinen Status bei Instagram geschaut. Ich weiß gar nicht, woher weiß man eigentlich, wer den Status bei Instagram hat. Wen interessiert das? Als ich sie dann fragte, wieso sie das macht, meinte sie, sie würde mich total vermissen. Ja, auch. Ja, natürlich. Aber vermisst ihr euch? Aber das ist reine Hormon-Spielebene. Da ist doch überhaupt keinerlei von euch beiden wenig bis sehr wenig Authentizität. Also, einstehen, also meine, gut, ich meine, sie ist ja jetzt nicht hier, die mir geschrieben hat. Also, du müsstest wirklich deine Standards und Tearbreaker total knallhart anziehen. So, aber dann würde sie an dem Punkt schon längst nicht mehr daten. Aber das ist gerade der Punkt. Ja, dann vermisst sie dich eben. Ja, auch manipulierende oder Minuspole vermissen Menschen. Ja, und? Also, sie liebt dich jetzt deswegen mehr oder wandelt dich besser, nur weil sie sich vermisst. Nein, sie vermisst dich einfach nur. Das ist ihr Ego. Sie hat mich dann irgendwann verboten, mich abends... Alter, Alter. Verboten, mit meiner besten Freundin zu treffen, während sie bei ihrem besten Freund ist tief in die Nacht beliebt. Ja, klassischer Fall von toxischen Doppelstandards. Sehr beliebt, aber du musstest ja nicht mitmachen. Ich sage, jetzt die ganze Zeit geht es darum, was sie will. Was ist denn, was du willst? Aber weil du das entwickeln darfst, kommst du an solche Frauen, weil du das Universum oder ein höheres Licht dir sagt, okay, da ist Weiterentwicklung notwendig, kommst du an solche Frauen, wo du deine Standards stehlen darfst. Mehr ist es eigentlich nicht, aber dann machst du auch. Selbst ihre Eltern meinten, sie sollen mal netter... Das ist doch egal, was ihre Eltern sagen. Du musst sagen, so geht es nicht, so geht es mit mir nicht um. Irgendwann habe ich mich an einen Kollegen gewandt, er meinte, ich soll das Spiel mal herumdrehen und öfters absagen. Ja, all diese Sachen bringen gar nichts, weil ihr seid komplett auf der Spielebene hier. Das tat ich dann auch, worauf sie dann in Kontakt abbrach und ein paar Tage später mit ihrem besten Freund eine Beziehung eingehen. Ist das wirklich eine Frau, mit der du eine Beziehung haben willst? Also, ich meine, ich will das jetzt gar nicht bewerten hier, aber jemand, der so mit Beziehungen umgeht, willst du das wirklich haben? Oder ist es nicht nur dein Ego, was gekränkt ist durch die Verletzung aus der, vermutlich mal Kindheit, die du mit ihr hattest? Und was jetzt denkt, ja, jetzt kann das geheilt werden, weil ich kriege sie jetzt als meine Freundin, aber sie ist immer noch die gleiche. Ich habe auch schnell eine neue Frau kennengelernt und es verging drei Monate. Habe dann Irine angeschrieben, weil sie noch einen Pulli vor mir hatte. Warum? Warum hast du das nicht schon längst geregelt? Also, du bist auch irgendwo nicht loyal deiner neuen Gegenüber. Dummerweise hat in dem Moment, als Irina ihn mir nach Hause gebracht hatte, meine neue Freundin draußen gewartet. Ja, das Universum gibt dir hier eine knallharte Lektion. Das ist alles keine Zufälle, glaube ich. Das mit der neuen Freundin habe ich dann auch ein paar Tage später wieder beendet. Warum? Warum? Jetzt nur wegen ihr wieder oder was? Löst da mal deine Addiction zu der Irina. Irina war natürlich total sauer auf mich und hat mich blockiert. Wieso? Du hast doch jetzt schon eine neue gehabt. Okay, etwa drei Monate später hat sie mich dann entblockt. Das sind nur Spielchen. Also, ich weiß gar nicht, was ich da sage. Das geht jetzt immer so weiter. Sie war noch mit ihrem besten Freund zusammen und wollte mich trotzdem sich mit mir treffen. Ja, sie ist so, wie sie ist. Also, das ist, als wenn du dich beschwerst, dass ein Leopard Punkte hat oder dass ein Haifisch eine Flosse hat. Sie ist so, wie sie ist. Also, zumindest bis hierhin und auch wohl, weiß ich nicht, vielleicht ist sie irgendwann in 15 Jahren jemand anders. Aber jetzt ist sie, wer sie ist. Also, sie hat sich nicht geändert in den paar Wochen. Sie meinte, dass sie nie mehr im Leben von mir wegkommen würde. Love-Bombing. Ein paar Tage später hatten wir uns zu einem Treffen verabredet und sie sagte nicht mal ab und kam einfach nicht. Daraufhin habe ich ihrem besten, besten Freund alles mit Screenshots geschickt. Warum? Das ist voll toxische Beziehungsebene, auch von dir, muss ich echt sagen. Ich meine, ich will das jetzt gar nicht bewerten oder es auch, tut dir das gut? Ist das noch, wer du wirklich bist? Ist das ein Verhalten, ist das eine Sache, mit der du, das ist nur dein Ego. Du hast jetzt wieder recht, ihr Ego will sich durchsetzen, es wird sich dein Ego durchsetzen. Wem willst du denn was beweisen? Hier, geh einfach raus da und sag dir, hey, das war echt eine irre Achterbahnfahrt und sowas tut mir nicht gut. Wochen später war ich mit meinen Brudern was essen, Irina und ihre ganze Familie mit ihrem neuen Freund war auch da. Ihr Vater hat sich gefreut, mich zu sehen, das ist alles uninteressant. Den Abend schrieb ich ihr wieder, Alter, lass die Frau in Ruhe und entschuldigt sie mich. Du hast dich entschuldigt? Oh Gott. Also du nimmst jetzt wieder Kontakt auf. So, und natürlich trifft sie sich jetzt wieder mit dir, weil sie, sie ist halt kick-süchtig. Also sie holt sich jetzt, sie ist mit jemand anderem zusammen und holt sich mit dir den Kick. Also ich kann auch in diesem Video, ich weiß gar nicht, wie oft muss ich einfach sagen, Leute, kein Dreiecke funktioniert nicht. Lass es doch. Echt, wirklich. Es funktioniert nicht. Ein paar Tage später machte sie mit ihrem Freund Schluss und meinte, sie will ein paar Tage in Ruhe. Ich habe sie dann nach ein paar Tagen ohne Kontakt kommentarlos gelöscht. Sie schrieb mir dann ein paar Wochen später wieder, das war jetzt etwa zwei bis drei Wochen, ob ich mich mit ihr und ihrer Freundin treffen will. Oh, Kick, Kick, Kick. Die Freundin und Irina erzählten mir dann, dass sie öfters bei mir zu Hause oder auch auf meiner Arbeit vorbeifahren, um zu schauen, wo ich bin. Und auch, wie ihre Freundin ihren Freund zu überwacht. Love bombing. Oh Gott, ey. Ich bin dann recht schnell gefahren, weil ich mich so unruh gefühlt habe. Irgendwas ist da passiert. Ich wollte einfach nicht mehr. Endlich. Einen Tag später habe ich ihr dann geschrieben, dass ich nicht mehr will und sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Das wird sie nicht so schnell tun, ne. Ja, weil sie braucht ja ihren Kick. Sie meinte, dass ihre Freundin uns ihren Segen gegeben hätte. Oh Gott, love bombing. Und wir gut zusammen passen. Love bombing. Und schickte mir als weiteres Bilder und Videos love bombing. Ich habe ihr dann nochmal geschrieben, was ich einfach nicht mehr will. Brauchst du nicht nochmal schreiben. Du brauchst es einfach nur nicht wollen. Daraufhin antwortet sie mit, okay, seitdem ist Ruhe. Aber Problem an der Sache ist, ich kenne ihre Handy-Nummer auswendig und schaue immer wieder auf WhatsApp. Zuletzt steht dort im Status, das lese ich jetzt mal nicht vor, ein schiesiger Satz. Jetzt frage ich mich wieder, hat sie einen neuen? Meldet sie sich jemals wieder? Wen interessiert hast? Was willst du von der? Wie komme ich endlich weg von ihr? Ja, ist krasse, also krasse, eigentlich der Blueprint von allen Männern, die mir schreiben. Ja, du bist jetzt von diesem heiß-kalt-irrsinnigen Achterbahnfahrt, die du mit dir ach hast, bist du jetzt halt addicted. Ja, das ist Liebessucht. Also mach mal Modul 0, schreib dir eine Shitlist, Bänder drin, Nullkontakt, sie nicht stalken, alles löschen, alles blocken. Und wenn du meinst, es geht nicht, dann musst du halt noch eine Runde drehen. Mehr kann man da nicht sagen. Oder such dir, wenn du es gar nicht gehst, such dir vor Ort Hilfe. Aber Modul 0 wäre jetzt auch erstmal ein guter Info-Einstieg. Und ja, mach dir klar, dass es Liebessucht ist und dass eure Eros sich da schön ausgetobt haben. Und überlege dir mal wirklich in Ruhe, also mach dir klar, sie ist, wie sie ist, sie wird sich nicht ändern und ob du das willst. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.